Die haben alles nicht verstanden. Die wollen wachsen. Und dieser besagte Kunde hat große Pläne, will wachsen, will seinen Umsatz in den nächsten 5 Jahren verfünften. Das ist sein großer Plan. Das heißt, bei einer Million Euro sind das 20.000 Euro Umsatz. Für das erste Jahr, für das zweite Jahr keine weitere Provision. Und jetzt überleg du mal, wer auch immer du gerade bist, ein CEO oder ein Vertriebler oder wer auch immer, würde dich das antörnen, würde dich das richtig geil machen, hier alles zu geben. Over the top Performance, jeden Tag hier, neue Kundenerkrise, reinhauen, 100 Calls am Tag. 20.000 Euro, das ist so, das was 20.000, ungefähr eine Million Euro Umsatz wäre, das ist so ein Durchschnitt. Finde einen Weg, wie du den Finder, den Finder hier, anzündest. Light him up, würden die Engländer sagen. Fire him up, ja, anzündest. Dieser Typ hier, die guten davon, die brauchen Feuer, die brauchen einen Funken, der überspringt. Die brauchen die richtige Motivation. Ich habe letztens immer wieder mal, bekomme ich ein Angebot von einer Firma, einer Softwareentwicklungsfirma. Herr Klein, ich bin wirklich überzeugt von Ihren Skills. Wir hatten auch schon mal ein, zwei Jahre miteinander zusammengearbeitet und ich hatte auch ein Neukundengeschäft generiert. So ungefähr ein bis zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr. Plötzlich kam dieser Kunde auf die Idee und sagt, Herr Klein, ich möchte gerne unseren jetzigen Vertrag beenden und möchte das Ganze nur noch auf Provisionsbasis machen. Dann sage ich, okay, aber der Vertrag läuft ja noch eine Weile. Naja, ich möchte ihn aber trotzdem beenden und wenn Ihnen das nicht passt, dann können wir das gerne auch über unsere Anwälte klären. Dann sage ich, oh wow, ist nicht nötig, ja, also die paar Euro, wenn Sie nicht mit mir zusammenarbeiten möchten, dann ist das auch okay. Wenn Sie meinen, das nützt Ihnen, ja, ich habe Ihnen Umsatz gebracht, Sie wollen auf dieser Basis nicht mehr zusammenarbeiten, sondern nur noch auf Provisionsbasis. Okay, wie lautet Ihr Angebot? Na ja, Herr Klein, zwei Prozent, zwei Prozent vom ersten Jahresumsatz. Mehr geben wir Ihnen nicht. Das heißt, bei einer Million Euro sind das 20.000 Euro Umsatz. Für das erste Jahr, für das zweite Jahr keine weitere Provision. Und jetzt überleg du mal, ja, wer auch immer du gerade bist, ein CEO oder ein Vertriebler oder wer auch immer, würde dich das antörnen, würde dich das richtig geil machen, hier alles zu geben. Over-the-Top-Performance, ja, bam, 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 jeden Tag hier, Neukunden-Erkrise, ja, reinhauen, 100 Calls am Tag. 20.000 Euro, das ist, sagen wir mal so, das, was 20.000, ungefähr eine Million Euro Umsatz wäre, das, sagen wir mal so im Durchschnitt. Dann zahlst du davon Steuern und alles, dann bleiben dir noch 10.000 übrig. Das ist perfekt, da sagst du dir auch, okay, what the fuck, ja. Es gibt andere Firmen, die bieten mir 5% einen Stundensatz und noch einen Lead-Bonus obendrauf. Und diese 5% bekomme ich auf die ersten zwei Jahre des Umsatzes. Das wären bei einer Million Euro, wenn das 100.000 Euro Provisionsbeteiligung und noch einen Stundensatz und noch einen Lead-Bonus, weil man muss ja letztendlich im Hier und Jetzt auch leben können, ja. Also man kann ja nicht einfach sagen, naja, ich mache mal hier ein paar Leads und nach einem Jahr bekomme, sehe ich dann irgendwelches Geld, ja. Was ich damit sagen will und warum ich hier diese Infos raushaue, ja. Es gibt da draußen, ja, Vertriebsleiter, CEOs, COOs, give yourself a title, ja. Gib dir selbst einen Titel, mir ist es egal, Präsidenten, Vizepräsidenten, ja, whatever. Die haben eines nicht verstanden, die wollen wachsen, ja, und dieser besagte Kunde hat große Pläne, will wachsen, ja. Will seinen Umsatz in den nächsten 5 Jahren verfünften, ja, das ist sein großer Plan. Will sich schon mal keinen Closer einstellen, weil ein Lead zu teuer ist. Das heißt, Closing will er selber weiterhin machen. Also hier will er schon mal nichts delegieren. Das Fineling, den Fineler, den er mit mir gemacht hat, hat funktioniert, war ihn aber so zu teuer. Oder, ja, sozusagen, er hat versucht hier noch sozusagen die Kostenschraube nochmal zu optimieren. Er hat gesehen, es funktioniert und wie kann ich jetzt hier sozusagen die Kosten dafür nochmal reduzieren. Das heißt, bleibt ihm überlassen, wenn er so denken möchte. Nur, wie zum Geier stellt er sich vor, dass er mit 2% die gleiche Leistung bekommt, wie zum Beispiel ein anderer Kunde, der 5% oder 10% oder 20% zahlt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du Bock hast, dein Business wachsen zu lassen, dann musst du unbedingt, wirklich, das ist wirklich ein gut gemeinter, und das kommt vom Herzen, ja, ein gut gemeinter Rater, musst du Wege finden, wie du den Finder hier anzündest. Und ein Finder, wenn du den zum Beispiel auf einer hohen Provisionsbasis bezahlst, das ist auch völlig legitim, ist auch okay. Ich würde, abgesehen davon würde ich auch raten, die Amerikaner machen es häufig auch hier 50-50, das heißt, selbst ein Sales, der 20 Jahre Erfahrung hat, bekommt bei den Amerikanern teilweise nicht mehr die 50.000 Fixungen, ja. Und dann bekommt der Hund nochmal 100.000 oder 200.000, das heißt, die Provision ist der große Teil, ja, nicht so wie sozusagen etwas sozialistischer, wie es in Deutschland ist, ja. Und das klärt uns das Gleiche. Und umso mehr gilt es hierfür, das ist der eigentlich harte Job, das ist der wirklich harte Job. Es kann etwas länger dauern, bis hier was dabei rumkommt, aber wenn der Erfolg hat, wenn der Erfolg hat, dann muss der belohnt werden. Ansonsten geht das Feuer aus, ja. Ansonsten geht das Feuer aus. Das sage ich jetzt nicht, weil ich in irgendeiner Art und Weise irgendwie sagen möchte, okay, hier möglichst viel Budget reinhauen, weil das ist sozusagen die Dienstleistung, die ich anbiete oder sowas. Das ist ein wirklich gut gemeiner Art. Denn wenn das nicht gegeben ist, wenn du hier keinen Weg findest, ja, sozusagen hier den richtigen Rohstoff hier reingibst, ja, Öl, Feuer, Kohle, Holz oder was auch immer, dass dieser Typ genug Futter bekommt, ja, und auch sozusagen genug Antrieb bekommt, ja, so die Beute, die Beute in der Ferne zu sehen, ja, was die Kohle betrifft, was das Geld betrifft, ja, dann geht der nie durch die Decke. Dann geht der nie die Extrameile, nie im Leben, ja, nie im Leben. Dieser Typ hier ist ein echter Hunter. Der ist getrieben, ja, von seinem Ziel, ja, und wenn du ihm ein Ziel gibst, es ihm nicht antörnt, ja, dann ist der nicht getrieben. Der hier, wenn der auf halber Flamme arbeitet, macht er immer noch Umsatz. Der hier, wenn der auf halber Flamme arbeitet, macht er trotzdem immer noch Umsatz, ja. Der hier, wenn der auf halber Flamme arbeitet, dann garantiere ich dir, kommt nichts bei rum, ja. Ja, das war es soweit zu dem Thema, mit einer Erfahrung aus meiner eigenen Erfahrung, also aus der Realität, ja, das sind also keine Theorien, die ich hier in meinen Videos erzähle, sondern das sind realitätsbezogene Themen, die ich hier anspreche und hoffe, dass ich dir damit auch ein bisschen weiterhilfe in deinen Entscheidungen und vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen vorwegnehmen kann und ersparen kann. Würde mich freuen, wenn du hier das nächste Video anschaust, hier meinen Kanal abonnierst und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Daumen hoch, dein Thomas Klein. Tschüss.